Servus Leute, Chris checken in mit einem schneller Vlog. Ich bin jetzt gerade auf der Heimfahrt nach Hause. Ich bin heute Morgen echt früh aufgestanden, habe was für meinen IT-Job gemacht, direkt am PC gehustelt. Dann direkt hatte ich eine Fakultätsratssitzung, da kommen die Studenten. Ausgewähltes Studentengremium von Studenten kommt da zusammen mit den Professoren. Mit allen Professoren wird das neue Semester besprochen, da war ich dort. Ich habe mit den alten Studienkollegen zu Mittag gegessen, ein paar Projekte geredet, was so ansteht, was die so machen. Wir haben ein paar geile Sachen, vor allem extra Zeit. Dann war ich echt auf der Push. Leute, ihr kennt das doch, wenn ihr so viele verschiedene Dinge zu tun habt, oder? Klar, wenn ihr den ganzen Tag am PC sitzen könnt, einer Sache nachgehen könnt, ist das geil. Aber hey, wenn ihr echt so viele verschiedene Dinge im Kopf habt, dass ihr echt, dass der Kopf explodiert. Und dann war das echt schon ein Hustle, jetzt bei uns in unserer Stadt in Konstanz auf die Post zu gehen. Das ist ja wirklich, da stehst du erstmal eine halbe Stunde in der Schlange, bis du dann zwei Briefe abgeben kannst. Und ich musste da noch was einsenden zu meiner IT-Furma, noch was Reiserücktritt, musste ich noch irgendwas abgeben, wegen dem Arzt und so weiter. Und hab das eingeschickt, dann wieder zurück zur FH, dann hatte ich Klausureinsicht. Ich bin letztes Semester wirklich durch eine Klausur gefallen. Und der Prof war aber böse korrekt, der hat dann zu mir gesagt, Chris, kommst du nächstes Mal wieder. Jetzt kommt der Fahres grad. Wie, komm mal ins Video, ich mach gerade Video, Alter. Mach's Video? Ja, Mann. Warum? So halt. Erzähl grad. Sag mal was. Servus, Leute. Wie steht die Lage? Hey, Fahres, der war gerade auch in der FH, der muss auch studieren. Und auf jeden, jetzt muss ich noch Winterreife besorgen, jetzt muss ich noch, heute Abend habe ich einen Termin in Singen, das ist eine halbe Stunde von Konstanz. Und so bleiben wir einfach am hassen, bleiben wir dran. Und in diesem Sinne, wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao.